Hallo, da sind wir wieder bei Magica. Nachdem ich es in der letzten Folge so grandios geschafft habe, das Master Sword zu verlieren. Nicht mal eine Minute habe ich es behalten, glaube ich. Da muss ich gleich nochmal das Wetter anpassen. Warum sagst du eigentlich immer Master Sword? Sword, Sword, ach was auch immer. Meisterschwer, Schwert der Meister, wie hieß das so schön? Ja, dann sag es auf Deutsch genau. So, denk bitte daran. Mit einer Steinrüstung kann man nichts schwimmen. Man kann generell in diesem Spiel nicht schwimmen. Da, oh, wie du mich gerade gerettet hast. Das mache ich doch gern. Du hast einen Schritt doch gehabt. Vor allem hast du wenigstens kein Feuer gewirkt. So, jetzt muss ich mich ganz kurz auftauen. Ja, ja. Achso, du bist ja normalerweise grün, stimmt aber ja was. Du bist normalerweise ein Lauch. So, ihr habt gerade gesehen, man kann strahlend kreuzen. Die sind dann zwar etwas schwerer zu lenken, aber machen dezent mehr Damage. Da ist ein Bogenschütze. Nicht mehr lange. Hier brennt schon. Da ist auch noch irgendwo einer. Irgendwo da. Ah, ich hab getroffen. Ich hab' noch irgendwas gekauft. Ich hab' noch irgendwas gekauft. Ja, da kommt man leider und sagt keinen Umständen vorbei, das haben wir schon probiert. Ja, was du gerade sagen wolltest. Ja, wir haben rausgefunden, woher Gram kommt. Gram ist natürlich das Schwert des berühmten Drachentöters Siegfried aus dem Nibelungenlied. Also wer kennt ihn nicht, Siegfried und Roy? Ein Drängenlänge! Drauf, Sie! Entschuldigung, das musste ich einfach mal vorlesen. Ja, ist in Ordnung. Das wollte ich nicht, aber okay. Nicht zu weit hochgehen. Schick an der Sieger oder was. Sagt immer schön mit dem Warhammer zuschlagen. Komm mal her. Hey, ignorier mich nicht. Wie er dir an Koppel hängt. Wie er einfach mal tot ist. Lassen die nicht irgendwas fallen? Wieso suchst du schon wieder neue Waffe? Nö, eigentlich ist der Warhammer schon ziemlich cool. Und ein Schraub. Schau, ich mach's das Wort, ich sag. Oh. Kalima! Na, weißt du, wer Kalima ist? Äh, Kali? Hä? Robben! Kielze! Kielze alle! Wir sollten vielleicht, äh, kümmert dich mal um hier, kleinen Kücher hier. Bin ich um mich, bin ich um mich. Das Problem ist, ich muss den Schild noch ein bisschen helfen, dann helfe ich dir. Ja. Das, die hier drin kriege ich schon, ist kein Problem. Ich muss nur aufpassen. So. Jetzt kannst du am Rand alles töten. Ich booste dir bei dir den Schild auf. Ja, man kann hier so ein bisschen Stellungskampf machen. Ah, da hat der Feuer gekasselt. Ähm. Oh, kannst du Fett nach draußen, Carsten? Ich glaube nicht. Versuch mal. Okay, äh. Ähm, Fett, 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 Wasser, Fett. Wasser, Stein, Leben. Nee. Kein Feuer. Ähm. Konzentration. So, ich glaube, wir können langsam rausgehen. Hat dein Donner gerade, äh, äh. Dein Schild angegriffen, ja. Und sie hat das Feuer angezündet. Ja, ich hab, ich hab Feuer Donner gemacht. Für ein bisschen mehr, äh, Zeitschaden. Okay, was kriegen wir jetzt für eine Magik? Ich glaube, das war die gleiche wie sonst auch immer. Ähm, Zunichtung. Äh. Und neuen Stab. Ich hab noch keinen Stab, krieg ich. Oh. Okay. Krieg ich hier schon eine Teleportroute? Teleportroute? Notfallteleportroute. Nützlich in Notfallsituationen, wenn jeder Ort besser ist als der momentane. Passive Fähigkeit, keine. Aktive Fähigkeit, teleportiert den Benutzer zu einem Zufallsort. Hä? Die hatten wir nicht gekriegt, hä? Die ist mir neu. Die haben wir nicht mitgenommen. Du, du, du kannst da gerade so bei mir so ein bisschen rum. Ja. Moment, wie ging denn das? Ja, cool. Okay. Ich wette, ich werde deswegen noch sterben. Du weißt, dass man mit dem Stab auch wiederbeleben kann? Ja. Allerdings habe ich gerade mehr mit Notfallteleportern zu tun. Kommt man da unten rein? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Was sieht nicht so aus, sieht man da unten, kann man auf keinen Fall rein. Hey, ich habe mich sogar mal nach vorne teleportiert. Ja, war gut. Und da ist noch unser letzter Kampf gegen die große Schlange. Ja, die kommt aber auch nicht. Welche große Schlange. Oh, den kann ich nicht. Gucken, wer mehr Kraft hat. Ähm. So, zack. Ich setze mir die starke Steinrüstung auf und kann ihn einfach so platt machen. Nein, ich habe, 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 ich habe getriert. Oh, es gibt noch ein Schwert, auf das ich mich richtig freue. Was tut ihr denn da? Mein Schadensbalken ist jetzt etwas minimal. Lauf! Ich komme nicht an dem Typen vorbei. Bist du schon tot? Nein, ich lebe noch. Aber irgendwie redet ich aus irgendeinem Grund gerade. Ja, wenn er mich angreift, ist es nicht so schlimm. Ich habe mal in meinem Power-Shield jetzt etwas, äh... Keine Sorge, das Sterben ist das Teil des Spiels. Krass, nur ein Gumpel, der nicht wiederbelebt. Wieso bin ich gestorben? Ah, ich glaube, ich habe mich selbst umgebracht. Nein, das war mein, äh, mein QF-AS-A-Zauber. Oh, du hast mich umgebracht. Noch besser. Ja, ich habe mich auch wiederbelebt. Ich muss nochmal heilen ein bisschen. Danke. Halt, ehrlich. Na, das ist mal ein toter Elch. Äh, du bist im Weg. Also, den haben wir jetzt schon besiegt, der hier rauskam. Hier habe ich auch, was ich habe, ich geschwägt. Genau, ist das die Höhle? Nee, das ist nicht... Ach, das ist die Höhle. Hier gibt es hier, hier gibt es, glaube ich... Ach, das ist die Höhle. Äh, da, da, da. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wieso kriege ich da schon Schaden? Weil ich zaubere? Oh, das habe ich gerade nicht gesehen. Hast du die Elektro-Barrieren mit, äh, mit... Eis verstärkt? Ja. Cool. Apropos Eis, ich glaube, dieser blöde Lebensstab kann mal weg. Hast du den Eisstab schon genommen? Da liegt... Nee, kannst du nehmen. Weil ich habe gerade... Achso, ich habe noch Strom. Das kann ich nehmen. So. Erhalten Froststab. Da liegt ein Magier da drin. Moment. Moment. Froststab, gucken, was kann der? Froststab, mögliche Nebenwirkungen. Frostbrand, Unterkühlung und oder Erkältung. Passive Fähigkeit, Kälteimmunität, Aura. Aktive Fähigkeit, keine. Okay. Ihr seht jetzt, wenn ich jetzt folgende Sachen mache... Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Das ist ja gar nichts. Ich werde gleich sterben, ich werde gleich sterben, ich werde gleich sterben. Also, auch wenn ich jetzt sowas mache wie... Ich habe Angst! ...das da... Ich habe Angst! ...und würde der Vardrag keinen Schaden nehmen. Ich habe Angst! Ich meine, ich kann doch mit Leben eigentlich... ...ing das nicht mit Leben, Schilder zu pusten. Also ihr seht, das hier... ...du kommst nicht vorbei! Achso, deswegen. Ich bin nass, deswegen Q-F-A-S-A. Könnte ich kein Donner-Element reinbringen? Na, sei froh, du! Warte mal, ich kann mal was versuchen. Schade. Ich weiß auch, wie du vorbeikommst. Ich auch. Warte mal. Ah, er hat es rausgefunden. Har, har, har! Ich bin ein echter Gangster. Nein! Na, egal. Wir sind sowieso, 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 sowieso ein unschlagbares Team. Du hast übrigens auch Frost-Schutz-Aura, ne? Ja, wenn ich bei dir bin, da. Bad taste! Einer von 1000 habe ich gerade nicht gewählt. Als Achievement. Weil ich irgendjemand in die Luft gejagt habe. Oh Gott, ich bin fast froh. Heile mich mal, bitte. Äh, okay. Was hast du getan? Hä? Ich hab dich nur geheilt. Ja, die Strahlen haben sich aufgehoben. Es geht nicht so lange, wie du ein Schild hast. Also. Bam. Oh, ich bin nass. Schau mal, wie war denn das? Du musst Zunichtung machen. Oder ich hab mir einen Stein auf mich selber. Arcan-Schild. Ne, jetzt bitte mal leben auf mich, Carsten. Äh, ähm, Zunichtung, ähm, ähm, sorgt nämlich dafür, dass alle Buffs und die Buffs entfernt werden, außer die Aktiven durch die Waffen. Also mein Eis-Stauber ist trotzdem noch da. Oh ja, warte mal. Apropos Waffen, das wollten wir schon seit der ersten Folge zeigen. Zack, und jetzt, bam, seht ihr, mein, äh, mein Hammer ist verzaubert. Also ich habe jetzt einfach mit, äh, äh, Shift und Linger-Maus-Taste, das was normale angreifen ist, wenn ich einen Zauber drin habe, hau ich den Zauber auf die Waffe. Oh, da ist Schluttblatt. Hey, Blatt, was machst du hier? Oh, die Schlange ist nicht da. Ist doch da. Viel, ähm, Glück. Bam. Erster größerer Bosskampf. Schau dir mal meine Waffe an. Komm, und. Gift kann mit Leben aufgehoben werden. Genau, ich werde mich natürlich... Warte mal, wie war das? Das ist ein guter Zauber. Um die Schlange zu ärgern. Natürlich. Unter mir. Warum habe ich dich nicht getroffen? Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ja, ich bin fast tot, danke. Ähm. Das ist noch mal nass gemacht. Ähm. Die Schlange ist nur am Kopf-Tipp verwundbar, wie Blatt uns erst gesagt hat, wo wir so super zugehört haben. Und ich versuche jetzt die Schlange. Immer dann, wenn sie runterkommt. Wir können sie, wir können sie, wir können sie, wir können sie, wir greifen nicht an. Fuck. So, komm. So war das nix. Ähm. Ähm. Immer wenn man gebückt vom Gift ist, muss man sich schnell mal leben, Carsten. Wo kommen sie raus? Da. Au! Was war das denn? Keine Ahnung, was dich da geritten hat. Irgendwie war das mit unseren Spezialwohnen besser. Kann ich jetzt vielleicht nass machen, irgendwie? Ja, sie ist nass. Jetzt können wir sie mit Eis einfrieren und dann mit Elektro draufhauen. Achso, das ist auch eine Idee. Ich mach das mal. Ist die noch nass? Nee, da muss ich Wasser draufhören. Genau. Okay, jetzt werden sie... Sie darf sich nicht vergraben. Sie darf sich nicht vergraben. Warum bin ich denn schon wieder vergiftet? Du bist schon wieder fast tot. Ja. Komm, 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 komm. Erg zu mir, zu mir, zu mir, zu mir. Komm her, komm her, greif nicht an. Okay, sie ist nass. Eis auf sie. Eis auf sie. Nein, das war der falsche Zauber. Hat nicht irgendwie... Irgendwie nicht geklappt. Nee, du kannst sie nicht einfrieren. Au. Dann sollten wir sie trotzdem nass machen und dann Strom drauf. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Besser, so nötig die Hürzel nehmen, schnell. Bitte nicht auf mich, Schlange. Nicht auf mich, Schlange. Okay. Ich stelle meine Sachen wieder einsammeln. Das und... Ich könnte ja Gramm versuchen. Ah, verdammt. Da hilft mir auch mein Schild nicht mehr. Would you be so nice? Ich bin schon dabei. Thank you. Danke, Diego. Schlange kommt gleich irgendwo unter uns raus. Das ist das... Das ist das Problem. Mit der Schlange. Äh... Oh, ich hab... Ich hab die Idee. Ich hab... Ich hab eine kleine Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Sammeln mal deine Waffen wieder ein. Ja, ich will bloß den Guarhammer. Der andere ist scheiße. Ähm... Da kommt die Schlange raus. Ich möchte mal... Das, das, das... Und das. Sehr schön. Sehr schön, das funktioniert. Wie ging das? Arkan, Stein und Schild. Und dann vor dich zaubern. Und dann wegrennen. Weil die Dinger explodieren. Wenn sie zuschlägt. Genau. Äh... Stein. Mehr Arkan, wir brauchen mehr Arkan-Schaden. Nicht um dich rumzaubern, du kommst nicht raus. Ja, das hab ich auch grad gemerkt. Du kannst ein Schild auf dich selbst kasten. Und zu hoffen, dass du einen Schaden kriegst, wenn das Ding explodiert. Oder hoffen, dass ich dich wiederbelebe. Was immer eine sehr gute Hoffnung ist. Ich kann ihn jetzt hier bis in den Rest, da den Raum mal, ne? Ja. Arkan, das, das. Oh, jetzt hab ich mir selber den Schild gehauen. Jetzt bin ich immun gegen Arkan und Stein. Das heißt, ich könnte jetzt da reinrennen. Und draufzuglopfen würde ausnahmsweise mal keinen Schaden nehmen. Ja, super, du machst unser Schild kaputt. Oh, ich hab mich selbst gekauft. Ich hab mich selbst gecastet. Äh, Stein. Ah, 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 ah. Wir sollten bis ganz begrechen. Aber wir haben sie umgebracht. Ja. Das war jetzt aber auch eine Qual. Oh. Ich hab sonst immer zufällig ganz gut den Kopf getroffen, immer. Na, aber beim letzten Mal, dass wir gegen die Schlange gekämpft haben, war es ja ganz easy, ne? Da hat man eine stärkere Magika, die man erst später im Spiel kriegt, ja. Ja. Aber wir haben ja einen neuen Stand angefangen jetzt hier. Die Belohnung für die Rettung des Dorfes Dunderhead war eine Kutschfahrt nach Havindir. Oder war es, wie wir waren. Und der Sound passt nicht zum Text. Also lest es euch so durch. Also bei mir zumindest. Schon bemerkt, dass auf dem Ladebildschirm Tipps angezeigt werden. Und nicht vergessen, wenn einer deiner Kumpel stirbt, kannst du dessen Ausrüstung aufnehmen. Okay, das ist sehr nett, was steht da drauf. Dunderhead. Dunderhead. Nach rechts. Okay, ich geh nach rechts. Nein. Bitte nicht. Willst du uns angreifen? Seid gegrüßt, Reisner. Ich höre Geschichten am besten und die Menschen, die nachher nochmal angreifen. Und das habe ich meine Höhne aufgegeben und bin nach Wettbewerb getogen. Ja, schön. Tschüss. Wie einfach weggerannt ist. Ich konnte mich nicht bewegen, weil du sprach. Warte, ich muss ein bisschen rumtanzen gerade. Ich wollte gerade sagen, was machst du? Ah, nee, hier kommen wir nicht weiter. Okay, der Typ ist... Dancing! Dancing! With eyes, aura on your face. Moment, hier gibt es aber bestimmt noch irgendwo was zu finden. Könntest du bitte nicht gleich jeden töten? Ich habe nicht getötet, ich habe nur... Ja gut, ich habe jeden getötet, weil sie im Weg standen. Oh nein, 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 oh nein. Ich die nicht, die nicht, die nicht. Could you fucking not? Die machen Stromschaden, die machen Stromschaden. Nicht bei mir. Nicht, wenn du sie in lassen machst. Die haben Stromwaffen. Ich sollte vielleicht mehr meinen Nahkampfwaffen angreifen. Ich habe einen Stromschaden gekriegt. Ja, ich überlege, ob ich den nehme oder den Warhammer weiter. Wir können aber trotzdem mal kurz angucken. Er gewöhnlicher... Nee, Himmelsspeer, ein strahlender Speer, den die Toiden von Hallundin. Ich habe statt des Lebens gefunden. Einst mit der Macht des Donners versahen. Scheidstypen, Körper, Mittel und Blitz, keine Extras. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem den Warhammer mit, einfach weil es Spaß macht. Kannst du den? Genau, ich würde den Speer mitnehmen, aber der Speer liegt nicht mehr hier. Er ist aus der Map rausgefallen. Au, aber ich glaube, wir kriegen noch mehr von diesen Speeren. Au, au, das macht weh. Ey, komm. Warte mal, was war jetzt nochmal Zunichtung? Ähm, mach die Schilder weg. Nee, ich wollte nur die Kombinationen wissen. Arcan, Schild. Arcan, Schild. Ah, jetzt ist es weg. Das dauert immer ein bisschen. Okay, dann kann ich mich kurz wiederbeleben. Und dann kann ich mir mein, wenigstens meinen leichten Wanderschild wiederholen. Darüber kommen wir jetzt noch nicht. Achso, da können wir dann rumlaufen, hier. Oder auch nicht. Komm, wir da später, kommen wir da später hin? Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Ich habe schon versucht, mit dem Stein einzureißen, hier, während du geredet hast, aber irgendwie... Irgendwie nicht so sehr, ne? Ja, verdammt. Hm. Ich habe dir gerade ein gesamtes Schild abgezogen. Ja, ich hatte nur ein einfaches Schild drauf. Ich glaube aber, an dieser Wegkreuzung sollten wir mal Pause machen, ne? So lange hat es wieder Zeit. Du hast recht, aber... Ja, den einen müssen wir noch. Kommen wir den Lock mal weg, damit wir nicht zu weit müssen. Und dann... Laufen wir nicht in meinen Warhammer rein. War ich kaputt? Wow, geht das immer so? Ja. Oder war das nur, obwohl er schon so tot ist? Naja, egal. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dahin und tschüss. 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 Vielen Dank.